Hi, ich bin Julia. Ich habe gerade eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht für Bild und Ton und jetzt darf ich ein Praktikum bei Sören Schnabel machen und dann darf ich ihn überall hin mit dieser Kamera begleiten. Oh, moin Leute, ihr seid schon da. Super, Arm, Arm, Vega. Ich bin's, euer neuer Poxitan. Und Lucky, ne Lucky, you're fine. Er wird gleich schmusen. Und Julia, hi Julia an der Kamera. Du machst ja, ja Julia macht, also Julia will, ah ne, Julia ist schon da. Sie filmt mich einen Monat lang, sie macht Bild und Ton und will jetzt mal beim Tonvorstand vorbeischneiden und deswegen ist sie auch hier, ne, mega. Und macht auch Mediengestalterin und wird mich einen Monat lang verfolgen, was ich so hier im Studio alles tut und was ich mache und was ich tue und mache. Und ja, super, mega. Und da habe ich jetzt halt, wie gesagt, auch Stars und Sternchen, das aus der Branche von X-Faktor Mario Loritz kommt. Dann kommt noch Background-Sängerin, dann kommt noch irgendwie mein Rapper, John Skipper, mit dem ich Thriller 2 mache, ne. Ich bin ja der einzige Produzent weltweit, der Thriller 2 macht. Thriller 2, nenn nach Michael Jackson Thriller 1. Oh Gott, Gott hab ihn selig, ne, Michael. Na ja, also Julia, wir filmen einen Monat lang und ihr, ihr Fans, ja genau, ihr da draußen, hallo, huhu, seht ihr mich? Neuer Pop-Titan hier, super, mega. Ihr werdet, äh, checken, äh, was ich hier so alles mache. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.